Ja, so, okay. Ich glaube, es gibt keine Anime-Serie übers Rudern, das ist nicht. Nee, Rudern ist einfach viel zu cool für sowas. Ja, logisch, deswegen. Ja, ja. Ja, klar. Ja, wir sagen mal, ja. Das ist natürlich. Wenn ich jetzt eine Begründung suchen würde, würde ich sagen, der Anime kommt ursprünglich aus Afrika, weil da gibt es so wenig Wasser und da kann man nicht rudern. Haha. Ja, boah. Stimmt auch gar nicht. Mann, Alter! Sag für den Schächten, witzig kaputt. Aber der Witz muss immer was wahres dran haben, oder stimmt der gar nicht. Doch, das Penis ist kurz. Haha. Mann, ey, das ist doch schon beleidigt. Nee, bin konzentriert beim Krautenfarm. Ey, ist geflasht, woher wir die Antwort wissen? Die Antwort. Ja, die Antwort. Die Antwort. Die eine oder keine. Für keine andere Antwort gehe ich lieber an den Bau. Jawohl. Willst du bauen? Boah. Kennt ihr das? Klar kenne ich das. Aber wir sollten vielleicht nicht wieder in die Musikrichtungen abschweifen. Weil es passiert einfach so oft, ne? Aber, ganz im Ernst, liebe Zuschauer, wer kennt ja bestimmt noch die eine, die eine oder keine. Für keine andere Frau gehe ich lieber an den Bau. Wer kennt das noch, Alter? Wo traue ich mir über den Weg? Ey, das ist 2005 ist das. Da könnte ich mich lieber schlafen, äh, lieber schlafen. Das ist, äh, nee, ich sag jetzt nicht. Ihr dürft ja in den Kommentaren schreiben. Ich will es gerade aufdecken. Ich weiß gerade selber, ich weiß nicht. Ich weiß gerade, ich weiß nicht. Das ist, ähm. Warte, wo bist du eigentlich? Nicht das Unternehmen, sondern die? Ach ja, stimmt ja. Die Unternehmung? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, die Unternehmung. Die Unternehmung ist es, Ramla. Du musst was unternehmen. Und das ist scheiße. Und das Lied ist die, äh, äh, ja. Ja, naja. Die eine, die eine oder keine. So. Keine eine Frau, ich lieber an ihm auch. Da war der Titel jetzt zweimal drin. Ganz in dieser Textzeile. Ganz im Ernst, wer, wer, wer das Lied ist, der erste, der diese Kommentare schreibt, dieses Lied, den Namen, ja, der kriegt von Thorsten die Persönlichen Revolutionär-Revolutionär-Zucho geschenkt. Wieso von mir? Nee. Ich hab kein Geld, ich bin pleite. Koti, deine, 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 deine Chance. Los, Koti. Ach, Koti guckt eh nicht. Ich weiß. Und da ist eben würde Koti das. Und da ist eben kein Item mehr vorproporzieren, was in deinem Inventar liegt. Oder Marc, du kannst auch, guck, mach du, schreib du mir in den Kommentar. Oder Paddy, guck nicht mehr. Ein Feuerzeug. Ähm, Marc, schreib du einfach in den Kommentar. Du kriegst das von Thorsten in den Revenzellen. Ich werd voll ignoriert, Alter. Ja, weil du langweilig bist. Warum hab ich jetzt ein Feuerzeug in meinem Inventar? Du sollst dein Haus abfackeln. Du sollst um mich. Du hast mir doch bloß hinzugeworfen, ey. Wie denn, Alter? Ich war nicht bei dir. Ja, ja, ja. Sagen sie alle. Hast du mich gesehen? Nee, aber ich war auch gerade mit den Kisten beschäftigt, Mann. Du hättest ganz easy hinter mir sein können. Das kann ich immer, Tostli. Alter. Bitte, ich will weg. Ich hab ein Schafzahn. Der ist ganz schön heiß. Nee, warte, Schafzahn. Boah. Äh, wofür bräuch ich eigentlich Holz? Ich hab eins, zwei, drei, vier, fast fünf, sechs Holz. Sehr gut, Rammler. Aber Hauptsache, Dennis Aprikokus abfahmt. Sehr gut. Davon ist das Holz, glaub ich, sogar noch. Mit Sicherheit ist es davon. Ich soll eh nicht mehr. Ach ja, stimmt, Aprikokus abfahmt. Stimmt, kann man ja nicht. Ich müsste eigentlich auch mal wieder Aprikokus formen, aber das mach ich lieber nicht genau. Da stehen wieder welche. Porte sie mir schnell. Du portest dir was? Ah, 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 ah. Oh nein. Nein. Hip-Hop, Trends, Dance. Relax, don't do it. Where do you wanna go? Relax, don't do it. Wir singen schon wieder die ganze Zeit. Ja, das sollten wir nicht machen, ey. Warum nicht? In den Kommentaren haben sie geschrieben, das nervt. Ernsthaft? Nein. Träuft das zu. Träuft's Koti zu. Das stimmt. Ja, Koti, okay. Ja, Ramla, du mit den Riesen-Abonnenten-Kanal, Alter, weißt du? Riesen-Abonnenten-Kanal? Da steht bestimmt schon tausend Nachrichten. Aber du genau, oder nicht? Alter, der Wims ist so cool, Alter. Darum ist der Koko instant grad in mir gewachsen. Hat sie auch einen Kanal? Und dann schreibt man, nein, der hat keinen Kanal, der macht das nur Ehrensinn. Und dann mit. Keine Ahnung. Oh, schade. Ehrenamt, der will diese krasse Sachen nicht abgeben, meinst du, weißt du? Der will den Zuschauer nicht verlieren. Ehrenamt. Aber ich weiß ganz genau, Alter, wer Wims zugucken kann, der guckt auch Wims zu. Oh, ich. Oh. Ja. Selbst Tosny guckt Wims zu, Alter. Na klar, nein. Was? Guckt zu, den hab ich im Reelive schon, den brauche ich nicht auch im Internet. Weißt du, hast mich im Reelive? Ich mach mal, mach mit. Du hast nämlich auch im Reelive. Ja, näher als mich. Wieso habt ihr mich im Reelive? Finde ich ja nicht so gut. Ich hab ne fache Puppe. Oh nein. Sexpuppe. Nicht schon wieder. Das hab ich nicht gesagt, Alter. Oh Gott. Na Plastikpuppe ist ne Plastikpuppe. Ich hab ja gesagt, ne Plastikpuppe, nicht ne Plastikpuppe. Achso. Oh, ich hab Plastikpuppe verstanden. Du hast dir die Plastik-Sex-Uppe. Vielen Dank für die Fantasien. Danke viel von mir. Oh Gott. Und dir ist gar nix, lieber Hammer. Manchmal spielt das Leben manchmal. Wenn wir etwas geben, einmal in die Puppe gefügelt. Na na na, vielen Dank. Wieso haben wir immer bei Pixelmon so ein Niveau? Haben wir das hier immer? Ne, ansonsten ist es immer noch ein bisschen besser. Naja, Captain Nemo sinkt das Niveau auf. Du pittst genau zwei Stacks aus. Dann ist Abrett-Kurkuss gekommen. Schon wieder, Dann ist Abrett-Kurkuss. Rammler einfach, anstatt zwei Meter zu fliegen und einfach einen Baum zu fällen, ja? Was einfach das Thema schon da geht. Ne, Bäume, Bäume muss er ja immer bei mir abfackeln. Die Bäume, die ich mag. Die hässlichen Bäume. Achso. Rammler, bist ganz schön rassistisch, ne? Echt? Baum-Nazi? Hä? Rammler ist ein Baum-Nazi, so sieht's aus. Hi, Stumpf! Oh Gott! Hi, heute hier, Stumpf! Oh Mann, ey. Stumpf. Das ist aber ein ganz schön Stumpf-Rammler. Ich fand ihr ziemlich, äh, abgeholzt. Der war so, der war so holzig im Abgang. Wow. Wow. Ey! Nein! Oh Leute, ich bin fast gestorben. Pfff, wer war das? Du kannst nicht jagen. Hä? Was? Wieso mich jagen? Nee? Nee, du jagst mich, dann jage ich dir was. Was? Was ist denn der Rammler? Warum haust du mich runter, ey? Anstatt hochzulaufen, ne? Nee, ich bin hoch. Ja, das müsst ihr weiter weg. Ich hab'n Samo aufgenommen. Was? Naja, Samo auf'n'brille. Du bist hier der Brüllenträger, wir haben damit nichts zu tun. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist doch keine... Nein, ich hab' eigentlich schon ne Brille, aber ich trage dich nicht. Haha, Rammler ist blind. Wow. Wow. Wow, ich weiß nicht. Was denn? Aber Rammler hat nicht mal ne Klobrille. Haha, ich hab' einer, ich hab' eine Sehschwäche von 0,75 und 0,5. Also, quasi... Wow, das ist aber jetzt schon ganz schön viel, ne? Ja, ich hab' weniger. Also, ich bin noch unter einem halben Diopi. Ich hab' 12 und 13. Ernsthaft? Rammler, was machst du schon wieder hier? Ja, Rammler, ich hab' 12 und 13. Ey, Rammler, Alter. Mach doch mal was Produktives, Rammler. Bin Produktives. Ja, Rammler, ich hab' 12 und 13. Nein, du machst nichts Produktives. Rammler. Hä? Ja, wirklich jetzt, kein Scheiß. Alter, mein Vater hat grad was weit. Weiß ich, so hoch geht, Mann! Du bist so dumm! Ja, keine Ahnung, wieso ich das wissen? Mach' was Produktives, ey. Rammler, was verfolgst du mich? Ja, du bist bei mir. Ich farm Sandstein! Ach, scheiße. So. Dann fahr' ich gleich hier unten, Sandstein. Sandstein, nein, die da unten ist meine Säule! Rammler! Rammler farm bei 2.000 Sandsteinen, no, no, no. Ey, du willst mich doch verarschen, oder? Alter, geh' in die, in die, auf die, auf die Sandsteininsel, farm. Die Sandsteininsel? Ja. Die ist an der anderen Seite vom Haus. Da hab' ich, da hab' ich auch gefarmt. Ehrlich jetzt? Aber nicht an meinem Haus. Die Insel der Jungfrauen, oder? Die Insel der Jungfrauen. Ist doch so, oder? Was? Die Insel der Jungfrauen. Ich bleib mir ganz sicher. Hm. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich fliege, weißt du im Zug, was ich meine. Welche Insel der Jungfrauen denn, bitte? Die musst du mir mal erklären, Rammler. Rammler, da kommst du doch hin. Wenn, wenn du, wenn du in der U-Bahn mit der Bombe, Yala Yala, mach das. Puh. Juhu. Oh. 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 Das würde mich gar nicht wundern. Rammler, 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 Rammler. Morgen? Heute? Oh, hi, Angie. Was geht, Schnucki? Schnucki. Hi, Gips. Was geht? Gips. Gips. Gips mir. Gips mir. Oh, Gott. Mel, gibt's mir. Kennt ihr den nicht? Klar. Wer? Mel, gibt's mir? Mel, gibt's, kennen wir. Nevisia ist geguckt, Alter. Bildungslücke. Ja, Nevisia ist so wichtig für deine Bildung. Ja, da hast du recht. Ich suche das immer gerne. Wer ist denn jetzt schon wieder hier? Wer ist denn schon wieder Lerouche? Was denn? Lerouche? 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 Achso, im TS? Ja, voll schwerer Name, ey. Lerouche ist das Mensch. Lerouche ist das Mensch. Lerouche. Lerouche. Wo ist ein Ü drinnen, Mann? E, U, E, Mann. U, E, ist Ü. Ja, genau, Lerouche. Alter, wie kann man das denn? Wer hört sich an wie Rüschen, Alter? Na klar. Wer nennt sich denn Rüche, Alter? Weiß ich doch nicht. Alter, das ist ja behindert. Lerouche. Ach, jetzt verstehe ich. Lerouche. Der Rüche. Die, 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 das Rüche. Ibi, Takt, bleib hier, du Fotzer. Die Gerüche? Die Gerüche. Die Gerüche kommen aus der Küche. Du hast schon wieder das Essen zu lange anbrennen lassen, Mann. Bei ihm zu lange anbrennen lassen. Bei dem, bei dem, weißt du, bei Reiben, ja? Denk ich immer, bei Reiben denk ich immer zuerst an. Unglaubliche 50 Abonnenten. Ihr seid die Besten. Ja. Wenigstens hab ich was geschrieben, ja? Es macht den Fakt das nicht. Es reizt sich nicht. Wenigstens hab ich was geschrieben. Im Gegensatz zu euch. Wie gesagt, haben wir nur 50 Abonnenten. Toll. Wann redet ihr denn, Alter? Mann, Ramla, du hast keine Ahnung. Ich nicht. Ah, danke, ich hätte Tossi. Nein! Ramla! Alter, ich kann nicht mal produktiv ja sein. Ja, ich bin jetzt endlich produktiv. Ja, das ist dein Schuld, ey. Mach doch mal was. Mach doch mal was, Ramla. Ich hab dem zu tun. Du kannst doch mal dein Haus bauen, ey. Ich hab so Häuser. Dann fang doch mal was an, Ramla. Davon nerv ich mit dir, ey. Bootych! Weißt du, ich baue hier die ganze Zeit mein Haus, ja? Und du? Du stehst da oben rum und isst. Ey, stimmt doch gar nicht! Naja, vielleicht. Ramla ist so bescheuert, ey. Vielleicht jetzt denke. Ja, selbst schuld, ey. Ich überleg, ob mein Haus so fertig ist, ey. Ja, könnte man als fertig werden. Ja, als fertig werden, ja, ja. Quasi. Gibt mein Glurocker da oben? Ja. Ist weg. Äh, in solchen Befehlen, dass er alles zu scheißen soll? Ohne! Nein, fangs ein! Fangs ein! Ich kann die nochmal angreifen, dann mach ich dich fertig wo bist du denn jetzt eigentlich schon wieder Immer den Wolken hinterher Einer Legende auf der Spur Füße dein Weg, dich übers Meer Oh, Tordny Mann, was macht ihr jetzt beide hier? Alter Ich wurde mir gerade gesagt, dass ich nur rumstehe Hast du das TNT bei? Ach ja, natürlich Alter, jetzt nicht schon wieder, ey Ey, willst du mich jetzt verarschen, Rammler? Was denn? Wieso? Ey, jetzt klaust du mir noch mein PC? Das macht das nicht produktiv sein, Alter Ich will ja auch noch mal das, was nicht richtig macht Und nicht so eine Scheiße Rammler, geh mal ein PC wieder Rammler Der steht doch vor dir Hä? Leut Der hat geleckt Lass mal erst mal was produktiv sein Ja, lass doch mal jetzt was machen Oh, nicht runterfallen Nee, runterfallen ist nicht so gut Was machen wir die produktivis machen? Du kannst manchmal die Brücke ausbauen haben, da meint ich Ja, die Brücke Ich mach nur, ich weiß nicht, wo ich Mit Holz Du hast genug Holz Nein, das Holz brauche ich für das Haus Ja, dann bau das Haus Dann bau doch ein Haus Nein, ich hasse Häuser Hä? Ich fahre für das Haus, aber ich habe keinen Bock, ein Haus zu bauen Oh Gott, Rammler, ey Wer hat dir ins Gehirn geschissen? Du Echt? Geil Deswegen ist es so dumme Scheiße Alles klar, Wimps, wir sind jetzt produktiv Wir nehmen jetzt meinen, äh, meinen Stone Und du baust die Brücke vor mir ab und ich baue sie wieder Warum wir? Weil du auch was machen sollst Wimps baut sein Haus? Ich baue mein Haus, mein ich Oh Ich baue mein Haus, Rammler Baut euch auch einen raus Ach, nie raus Was, du willst einen rausbauen? Rammler, so ein Nazi Rammler, so ein Nazi Er sagt schon wieder, dass er auch seine Haus ausbauen soll Was soll das denn? Rammler, du hast Alter, du hast ultimatives platzsparendes Haus gebaut, ey Sei einfach voll Ach nee Sei einfach voll, ey Bau doch mal was größeres, ey Du hast so viel Materialien, ey Ohne Spaß Alter, wie viel Holz du hast Boah, ohne Spaß, ey Nur nur ein paar Stecks Dann bau das Haus, komm doch Was? Runt da, ja Ja, dann bau doch mal Sagt runter, ihr Bau doch mal Runt da Na, dann ist er gut Dann ist er gut, mach mal What the fuck Oh Gott Ich dachte gerade, ich fall runter Dann wäre ich tot gewesen Macht Rammler schon wieder nix eigentlich? Nee, der verfolgt mich gerade auf der Brücke Alter, Rammler, ey, macht jetzt irgendwas, Alter Das ist wie in Sekou, weißt du? Das einzige was in Sekou Kannst du uns abdrängen Das stimmt allerdings, ey Oh Leute, da war ein Loch Komisch, du weißt Jetzt fällt der gleich auf der Ende Na ja Wer anderen an den Grube geht, fällt selbst hinein Ja, hab ich dich gerade fast so erwischt Du hättest es gerade erwischt? Fast so erwischt, genau Fast so erwischt, jawohl